So, Moinsken, Leute, da bin ich. Olo! Ja, das ist immer leise. Gegner, Feuer eröffnen! Was ist? Ich shipper hier grad schön über den Fluss und... Schön gefühlt, ich wirst sehkrank, alles gut. Nee, dann sind hier am Rand so der ein oder andere Gegner und ich snipe ein bisschen und dann... Das macht grad Spaß. Das ist chillig. Es regnet ein bisschen. So ist es geholfen. Nein, der macht es nicht mehr. Ziel eliminiert! Ziel eliminiert! Alter, warum brüllst du jetzt ziel eliminiert? Ziel eliminiert! Da ist ein Krokodil! Okay, also die zweite Folge teile ich in zwei Teile. Keine Ahnung, na? Das wurde... Teils, ne? Weil die ist sonst zu lang. Echt, wie lang ist die? Knapp 40 Minuten oder so. Achso, ja, okay, dann. Uh, da ist ein Heli, würde ich sagen. Hm, vielleicht auch zwei. Alles klar. Ich glaube nicht, dass wir uns gesehen haben. Also los, weiter jetzt. Das Dorf liegt direkt voraus. Bereiten Sie sich auf den anderen Tor. Wo spawnen jetzt die nächsten Gegner? Da. Da, in dem Arsch. Was machen wir hier? Nein. Gar nichts schlecht. Ja, ich weiß, dass das nicht schlecht war. Aber jetzt muss ich laufen. Schießen Sie jetzt! Geht Gesprächsstoff aus hier. Oh, wie der Durchsauger. Ja, ja, Gesprächsstoff. Ja, jetzt muss ich... Steig raus, ey. Ja. Ähm. Erzähl irgendwas über deinen Yoga-Rog. Über meinen Yoga-Shirt, also mein Power-Yoga-Shirt. Ja. Das ist ein depressive Hamster auf einem grünen T-Shirt, der Yoga-Übungen macht, die total unsinnig sind. Yay! Eigentlich müsste ich jetzt ein Bild davon einblenden, aber bin ich zu faul, also das werdet ihr es nicht sehen. Es ist einfach nur geil, ja. Es ist zum Beispiel ein depressive Hamster, der liegt einfach nur auf dem Boden, der liegt ganz flach auf dem Bauch. Ja, und dann heißt die Yoga-Übung nicht schlecht. Oh, jetzt muss ich nachladen. Oder der legt sich auf die Seite und hebt einen Arm, und das ist dann das Krokodil. Oder er legt sich auf den Rücken, das ist dann der Berg. Also, hammergeile Übungen, ja, so richtig für die faulen Leute. Und die bringen nix, und das ist einfach nur ein Fun-Shirt, und das ist einfach Glück. Alter, soll ich hier mal eine Kuh abschlachten? Ich hab Lust auf Steak. Alter, die kann man echt schlachten. Dann schieß ich den Euter. Hm, dann stirbt sie nicht. Dann hebt sie nur das Bein. Ich sauge. Ach du Scheiße, tut mir leid, Leute. Aber, ähm, ja. Ich musste das jetzt tun. Er musste jetzt eine Kuh töten. Zwei. Oh. Alles klar, los! Was? Schon in Ordnung? Ich hab keine zwei Mütter. Das wär ja fast ein Diss gegen dich. Aber nur fast. Das schicke ich jetzt nicht. Nö, wir haben zufälligerweise zwei Väter, also den gleichen Väter. Dann schnappen wir uns die Dokumente. Äh, Fetisch. Wir haben den gleichen Väter. Alter. Ah, die deutsche Sprache kehre in meinen Körper zurück. Ähm, also wir haben den gleichen Väter nochmal, ja. Das wissen wir ja schon. Ähm, ja. Oh, geiler Shot jetzt hier. Da seht ihr, boom, durchs Auge. Ich verstehe trotzdem nicht, warum ist denn das ein Diss, wenn du zwei Mütter hast und ich noch eine? Weil, wenn wir ja beide einen Vater haben, zumindest denselben, muss es ja heißen, dass du irgendwie einen Vater hast und... Aber irgendwie halt zwei Mütter und... Vielleicht bezeichnest du da einfach nur die zweite Mutter als Vater. Hä? Das wär doch doch bei dir so. Du hast doch die zwei Mütter. Ich wurde ganz normal gezeigt. Dann hat sich unser Vater scheiden und dann kam's. Oh, die, da sind die Scheiben, die, die mach ich jetzt noch. La, nein, das ist mir eine Scheiße, ich fall fast am Stuhl, mein Gott. Verdräng dich, deine Katze. Wo sind die Gegner? Ich seh die Katze, die habe ich ausgeschlossen aus meinem Zimmer. Oh. Apropos, jetzt kann ich mal die Timmertür auf meine Schlager gehen. Nein! Nein! Nein, bitte nicht! Scheiße! Ich bin tot. Ich bin ein Bongo! Und das Lustige ist, dass der mich von dort aus versteht. Ich verstehe dich ziemlich weit noch, weil mein Headset, wie gesagt, relativ laut ist. Na? Alter, wie habe ich denn den jetzt nicht getroffen? Was habe ich denn da falsch gemacht? Oh, der wollte gerade rauchen. Und rauchen ist böse. Wollte ich nur nochmal erwähnen. Natürlich. Das hat der Warwerb von uns beiden. Boom! Du benutzt nicht das MG gegen mich. Katze, was willst du denn jetzt? Ja, wie gesagt, die will dich vom Stuhl verdrängen. Nein, die weiß nicht, wohin mit sich und rennt mich ständig ans Bein. Willst du hier hoch? Hm, dort, dort, dort. Kann ich da hin? Kann ich da hin? Möchtest du jetzt auf den Schreibtischstuhl? Möchtest du auf meinen Schoß? Möchtest du dich auf eine Rolle von meinem Schreibtischstuhl setzen, dass ich mich nicht mehr bewegen kann? Gut. Menschen, das Lustige ist... Ah, da ist der Klinger. Und da ist noch einer. Und da sind ganz viele! Habe ich schon mal gesagt, wie scheiße ich eigentlich das Blut, wenn du getroffen wirst, animiert, dass ich das scheiße finde. Das sieht hässlich aus. Habe ich noch nicht gesagt. Jetzt habe ich es gesagt. Mhm. Siehst du, so reden mir gerade viel mehr, wenn der andere dabei ist. Ja, ich weiß, ist doch geil. Und ich kann die Katze knäulen. Wo? 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 Alter, das war ein Quickscope. Das war ein Quickscope. Und zwar ein geiler Quickscope, weil ich den durchs Auge geschossen habe. Ich freue mich schon drauf, mir die Folgen hier anzugucken. Welche? Die will ich mir hier gerade aufnehmen, also du. Echt? Hm. Werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Okay. Ja. Stirb doch einfach, du Bastard, ey. Hä? Ich finde es einfach geil, mich selbst zu hören, deshalb. Die Dokumente sind sichergestellt. Ja. Freue jetzt zum Boot zurück. Mann, die Katze mag es gerade, den Arsch mit Kreuz zu kriegen. Ach, mal eklig. Oh, stecken. Aber bitte nicht rein, dein Finger oder was auch immer. Nein, schon noch am Rücken, halt so über dem Arsch. Ich glaube dir das jetzt einfach mal. So. Nein, sowas macht der Katzen gegenüber nicht. Kann nickeln vielleicht, aber... Jetzt verschnauf dich mal schneller. Ja, finde ich ja auch. Ach. Jetzt auch. Ich konnte nicht mehr rennen. Und wieder aufs Boot hinauf. Wieder aufs Boot hinauf. Ich stehe doch. Oh, oh, oh. Ah. Soll, nach ganz vorn. Ne, die Mission wiederum Marsch. Die ist geil. Und machen wir uns nicht weg frei. Die Mission zwei. Wir haben die Dokumente. Nach diesen Plänen liegen wir gerade 2 Kilometer und nicht die Sprüche aus. So, dann gehen wir die vernünftigen Sprüche aus. Hör dich. Oh Gott, ich musste das. Ich hab noch drauf gewonnen. Schweiß. Äh, sehr frauzehbar. Oh Gott, Katzen. Alter. Geht. Soll ich eigentlich weitere Katzen-Videos machen? Oh, ich würd's sagen schon. Außerdem die alten Lucky-Videos, äh, wo wir einen Föhn oder sowas, die will ich auch hochladen. Wo er auf seinem Kissen sitzt und sowas. Ach, das ist gut, das ist gut, das. Ja, ich hab auch noch die Videos. Ja, dann kannst du die eigentlich hochladen, weil ich müsste dann mein altes Handy rauskommen, weil die sind leider nur noch da. Ich hab die auch im PC. Ja, das fänd ich cool. Ich bin nur in einer richtigen Scheißqualität. Ich weiß, das ist halt leider durch das alte Handy mehr oder weniger so einer richtigen Mini-Größe sind die nur. Diese verdammten Hubschrauber sind so ein wirklich kleiner. Die sind noch nicht mal HD-Ready. Ja, Leute, also nur wenn ihr es sehen wollt, dann laden wir es mit dem Spruch, ob er es hunde-hundebieten, das halt. Ja, von unserem leider verstorbenen Hund. Ja, leider ist der Hund. Muss man leider sagen. Er ist frühzeitig gestorben, er ist mit 10 gestorben. Shhh, Helikopter. Er ist mit 10 gestorben an Bodenkrebs und Nierenversagen, also wegen dem, wo er dann eingestorben wurde. Ja, wegen dem Bodenkrebs nicht, aber... Aber den hatte er dann auch. Ja. Das wusste man nun dann. Ja, also es wurde nachgewiesen. Warum stehe ich jetzt in dem Boot? Ich will mich wieder hinhocken. Oh no. Muss ich jetzt wieder aussteigen. Kannst du ein bisschen schneller fahren. Gehen Sie zu den Platzern. Was willst du denn? Setzen Sie die Markierung und dann starten Sie den Mother-Tour-Bericht. Wir treffen uns an der Landezone. Viel Glück. Sie geht bei sie nicht. Schon unterwegs. Cool. Oh, perfekt. Ich muss nicht mehr aufstehen, um die Tür aufzumachen. Ach, cool. Fährst du das eigentlich? Ja. Okay. Und wie gesagt, du sollst dich aufs Mikro wichsen. Mach ich doch schon nicht mehr. Ich hau ihn nur drauf. Hm, hm, ist klar. Aber mit was haust du nur drauf? Ich hau ihn, habe ich doch gerade gesagt. Na, warum? Das ist scheiße, wenn ich außer Puste bin. Der Rest geht dann über die Tastatur. So, da sind wir auch geklärt. Ja, meine Tastatur übrigens muss ich unbedingt eigentlich mal sauber machen, aber ich bin so faul. Und daher stehe ich einfach nur noch mehr. Da ist schon tote Tiere drin. Fast. Das Schlimme ist, ich kann gerade hier meinen Konstantur... Noch leben so, oder was? Ja. Äh, mein Konzentrat-Modus kann ich momentan nicht anmachen, weil ich so erschöpft bin. Doch, jetzt geht's so. Okay. Dann ist ja gut. Ich kann meinen, mein Wochenend noch nicht anmachen. Ich meine, leider gerade ingame. Achso. Wir wissen, dass du den nie anmachen kannst. Wäre mich der erste Frage. Unter der Woche manchmal. Manchmal. Wenn du Kunst hast. Nein. Dann muss man sich schon darauf konzentrieren. Dann malst du einfach, schreibst du einen tollen Punkt, so wie du willst. Halt die. Oh, Lass. Oh, Hundebilder. Ja, aber den Hund, meine ich, habt ihr ja beim Katzenvideo gesehen. Ja, ganz kurz, so auf. Ja. Man hat zwar nicht... Ich meine, man hat ihn nicht gut gesehen, aber... Ja, das war meine Kamera, der nicht schnell genug präsentiert. Das habe ich leider auch erst im Nachhinein gesehen. Dokumente. Die erste ist gesetzt. Mache mich auf der Weg zur Position für die zweite Markierung. Ne, ich musste eine Markierung setzen. Alter. Alter. Also, einen schicken Haufen in die Ecke gesetzt. Alter, Vater. Schöne Markierung. Alter, ich kann gerade keinen Konzentriert-Modus machen, weil ich gerade kurz gesprintet bin. Tja, ja. Macht es nur umso schwerer. Von daher. Ihr wollt mich ja bestimmt leiden sehen, wie ich euch kenne. Ne, ich kenne euch nicht, also von daher. Ähm, andere Fragen, ja, wir vielleicht eine Idee jetzt machen, wenn wir da in der Katze sind. Ich weiß halt nicht, ob wir das jetzt schon machen. Ne, ich meine, insgesamt irgendwann mal. Ja, ich bin schon dafür, aber... So im Sommer oder so? Durch was laufe ich hier gerade? Sind das auch trocken, oder...? Ich schätze mal. Warum stirbt der nicht bei einem Sackshot? Viel zu un... Äh, viel zu unlogisch. Wieso kommst du beim Ballerspielen? Nee, so hoch komm ich nicht mehr, ich komm höher. Oh mein Gott. Und das krieg ich halt auch nur hin, wenn ich, äh... Also, wenn du wirklich dabei bist? Ja. Achso. Oh, hier kann ich die Tragunauf nehmen. Das ist dann quasi so Hundefeife-Lautstärke. Also, soll ich hier die Tragunauf nehmen? Nein, mach ich nicht. Alles bereit, die Show kann losgehen. Rückerst um die Plattage vor. Wo ist mein Stummgewehr? Äh, Stummgewehr, genau. Äh, Sniper. Wo ist mein alter Sniper? Ich will meinen alten Sniper wieder. Ich hab keinen Bock mehr auf. Viel ist geblattet. Hä? Hä? Ich hab eigentlich keine Lust auf die Tragunauf. Ach da. Doch, doch. Da schwebt sie in der Luft. So wie sich's gehört. Ja. Ich muss euch leider in fünf Minuten verlassen, Leute. Oh, musst du das? Ja. Nee, muss ich nicht. Ich kann doch weiterreden. Aber ich mach einfach. Dann kannst du ja noch so lange warten, bis ich hier mit dieser Mission fertig bin oder so. Hm? Kannst du noch so warten? Dann meine Mom kommt ja gleich heim und wenn ich dann hier so relativ lautstark rumrede und... Äh, äh... ...krank und gestern auch und dann muss ich ja erst sagen, was mir geht und kann jetzt nicht hier weitermachen. Ja, Mütter sind schon was komisches. Also sie sind echt nur krasse für sich. Äh, äh, ich meine, ich meine, ich, äh, äh, Gesellschaftsgruppe. Zu spät. Okay. Ein bisschen keine Rechtex. Nur manchmal. Ja, ähm, eher vielleicht. Nein, sind wir nicht. Ich auch nicht. Teilweise schon ein bisschen frauenfeindlich, aber nur aus Spaß. Ja gut, das bist dann eher noch du. Ja, okay. Vielleicht ein bisschen... Bisschen sexistisch. Fremdenfeindlich. Hm? Fremdenfeindlich, aber das auch nur zum Spaß. Ihr seid so scheiß Abonnenten! Nein, nein, nein. Nein, nein, das gewiss nicht. Also ihr seid kein scheiß Abonnenten. Ihr seid scheiß Abonnenten. Ja, und ihr abonniert, von daher. Ich muss die Sniper, aber... Äh, Sniper, ja. Ich, ich sehe die nicht. Ich sehe die Gegner, das ist nicht. Da, da, da war gerade irgendwo einer. Es sind sogar zwei. Oh, diese Zwischensequenz wollte ich jetzt nicht. Decken die sich im Mario-Hannah-Busch. Ne, fast. Nur fast. Ich weiß nicht, was das hier für Drogen sind, aber... Irgendwelche sind's. Keine. Ne, ich weiß nicht. Bestimmt sind das hier irgendwelche Drogen, aber ich kann das jetzt leider nicht definieren. Ach so. Natürlich. Ne, kann ich wirklich nicht. Nein, 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 nein. Ich hab echt keinen Ahnung. Ich hab' echt keinen Ahnung. Das sieht zwar... Das sieht sogar fast aus wie ein Olivenbusch, aber okay. Ne, ich weiß nicht, hier trocknen grad irgendein Drogen bestimmt. Irgendein Drogen bestimmt. Ne! Unsichtbare Wand, jupidee! Na, muss ich außen kommen laufen. Wo, 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 wo? Da, 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 da. Ich will jetzt nicht sterben. Und Spaß... Alter, ich bin gleich tot. Ich renne jetzt zur Seite. Leg mich jetzt hier hin. Legst'n dicken Haufen ab. Speicher jetzt. Ja. Ja. So, jetzt hab' ich gespeichert und jetzt ist mir egal, ob ich draufgehe. Vielleicht mach' ich jetzt einfach nur mal ein bisschen Fun kurz und dann... Ja. Okay, ich geh' euch alle auf den Track. Ja, vor allem grad hier in der Sniper-Action, wo ich grad so richtig abkratze. BAM, 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 BAM! Hm, fast. Ach, scheiße. BAM! 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 Ich hab' grad' gespeichert. Okay. BAM! 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 BAM!